Mika, Ida und der Eselschreck Eine Geschichte über eine Regenbogenfamilie Von Mirjam Lindner Mit Illustration von Heribert Schulmeier Mika und Ida lernen sich auf dem Möllerhof zwischen Ponys, Eseln, Kühen, Schweinen und Hühnern kennen. Beide lieben ihre Ponys und lachen zusammen über die bockigen Esel. Ida findet es nur seltsam, dass Mika mit zwei Mamas zum Reiten kommt. Aber der gemeinsam erlebte Eselschreck verbindet und das elterliche Staunen über ein bisschen Abenteuerstaub auch. Ida lernt, die einen leben so, die anderen eben so. Mami, Mama, kommt mal, schreit Mika über die ganze Wiese. Sein Pony Paul steht wie immer ganz hinten am Zaun. Es hat so gar keine Lust, die saftige Wiese gegen den Stall und einen Spaziergang einzutauschen. Dann wollen wir Paul mal zum Gehen überreden, lacht Mama und gibt Mika ein paar Möhren, während Mami Paul das Halfter über Nase und Ohren schiebt. Zwei Esel in der Nähe heben neugierig den Kopf. Mh, lecker! So eine Möhre hätten sie auch ganz gerne. Einer der beiden kommt näher und versucht, Mika die letzte Möhre aus der Jackentasche zu ziehen. Doch Mami und Mama nehmen Mika in die Mitte und gemeinsam gehen sie zum Stall. Auf dem Möllerhof ist immer viel los. In der Obstwiese laufen Hühner, im Stall gibt es Kühe, Schweine und Ponys. Mikas Lieblinge. Weil Mika es sich schon so lange so sehr gewünscht hat, kommt er nicht mehr nur zum Spielen und Füttern der Tiere hierher, sondern auch einmal in der Woche zum Reiten. Wie heute. Wenn mal jemand fragt, wieso Mika zwei Mamas hat, zuckt Mika meist mit den Schultern und sagt, manche Kinder haben eine Mama und einen Papa. Ich habe zwei Mamas. Die einen so, die anderen so. Das hat Mama ihm erklärt. Mami sagt dann, Familien sind so verschieden wie die Farben des Regenbogens. Dabei lacht sie meistens und zuckt mit den Schultern. Logisch ist das, findet Mika. Im Stall bringt Mika Paul zu seiner Box. Ein paar Meter weiter steht Benno, das dickste und sturste Pony auf dem Möllerhof. Neben Benno kniet ein Mädchen. Das hat Mika hier noch nie gesehen. Er geht zu ihr hinüber. Hallo, sagt er. Ich schiebe und du nimmst den Huf. Dann geht's. Danke, sagt das Mädchen. Ich bin übrigens Ida. Ich bin Mika. Da drüben steht mein Pony. Paul, der ist super, antwortet Mika stolz. Ruckzuck werden beide Ponys gesattelt und auch die anderen Kinder sind startklar. Wer führt dein Pony denn am Strick, fragt Mika neugierig und beobachtet, wie Idas Locken unter der Reiterkappe lustig auf- und abwippen. Mein Papa, antwortet Ida. Und nach einer kleinen Pause fügt sie hinzu, Mama wohnt ja jetzt woanders. Dabei sieht sie so traurig aus, dass Mikas Nase anfängt zu kribbeln. Und das ist deine Mama? fragt Ida schnell und schafft es, keine Träne zu verdrücken. Nee, sagt Mika. Das ist meine Mami. Mama steht daneben. Ida staunt. Wieso hast du denn eine Mama und eine Mami? Hast du mehrere? Mika erklärt es ihr, wie er es immer erklärt. Aber Ida legt den Kopf schief und zieht eine Augenbraue hoch. Du hast zwei Mamas? Das gibt's nicht. Man kann nur eine Mama haben. Das ist doch gar keine richtige Familie. Das gibt es wohl, ruft Mika mit kribbelnder Nase und sein Herz klopft dabei ganz schnell. Natürlich ist das eine richtige Familie. Was willst du? Du hast ja nur einen Papa. Das ist gar keine richtige Familie. Er ist so wütend, dass doch eine Träne kullert. Auch Ida kann das Weinen nur noch gerade so mit einem dicken Nasenschniefer verhindern. In dem Moment kommt Mikas Mami um die Ecke. Los geht's! ruft sie fröhlich und schnappt sich den Führstrick. Mika wischt schnell die Träne beiseite. Es bleibt keine Zeit mehr, weiter zu streiten. Aber ganz los lässt Mika die Sache mit Ida auch nicht. Den ganzen Ausrott über denkt er darüber nach und wuschelt dabei Pauls Mähne. Die Ponyhaare pieken ein wenig und fühlen sich wie die Borsten einer weichen Bürste an. Beim Ponyhaare zwischen den Fingern drehen kann man gut nachdenken. Sind eine Mama und ein Kind schon eine Familie? Oder zwei Mamas? Oder ein Papa und eine Mama? Diese aus der Kita hat sogar zwei Papas und zwei Mamas. Ihre Eltern haben sich getrennt und neue Partner. Patchwork nennt man das, hat Mika in der Kita mal gehört. Was ist das, eine Familie? fragt sich Mika. Können nicht alle eine Familie sein, die eine Familie sein wollen? Als Mika am Abend mit Mama und Mami am Abendbrottisch sitzt, denkt er wieder an Ida. Mami, sind wir komisch? Komisch? wiederholt Mikas Mami. Mein Schatz, wieso sollen wir denn komisch sein? Na, weil ich zwei Mamas habe. Ida sagt, dass das ganz schön komisch ist und dass wir keine richtige Familie sind. Bisher hat Mika darüber noch nie so wirklich nachgedacht. Die einen so, die anderen eben so. Oder vielleicht doch nicht? Da legt Mami das Besteck zur Seite, juckt sich kurz die Nase und atmet einmal ganz tief ein. Wenn Mami das macht, kommt eine Geschichte. Das weiß Mika schon. Gerade sitzen überall auf der ganzen Welt Eltern mit ihren Kindern am Tisch. Manche haben vielleicht gekocht, manche essen Brot. Die einen sitzen auf Stühlen, die anderen vielleicht auf einem weichen Teppich. Manche Kinder sitzen mit ihrem Papa am Tisch. So wie Ida. Manche mit Oma und Opa. In manchen Familien gibt es nicht nur ein Kind, sondern viele Kinder. Andere sind vielleicht zu dritt, so wie wir. Mami holt Luft. In manchen Familien gibt es eine Mama und einen Papa. In manchen eine Mama und eine Mami. Oder auch einen Papa und einen Papi. Mika sieht viele verschiedene Familien vor sich. Er überlegt, ob es dort auch so leckere Frischkäsebrote gibt, wie bei ihm zu Hause. Das, was Familien ausmacht, erzählt Mami weiter, ist nicht, ob ein oder zwei Mamas oder Papas am Tisch sitzen, sondern, dass man zusammen gehört. Eine Familie kann so oder so aussehen. Mami schiebt sich ein großes Stück Frischkäsebrot in den Mund und fügt mit vollem Mund hinzu. Und daran ist nicht komisch. Mika, der auch gerade einen ganz vollen Mund hat, versucht etwas zu sagen, aber vor lauter Toast kommt nur ein Genuschel heraus. Mama guckt die beiden ganz vorwurfsvoll an. Wegen des vollen Munds. Dann muss sie auch grinsen und nimmt Mikas Hand. So geht das mit der Familie, denkt Mika und drückt die beiden Hände seiner Mamas ganz fest. In der nächsten Woche gehen Mama und Mika wieder auf den Möllerhof. Mika sieht Ida bei Bennu auf der Wiese stehen. Ida zieht am Strick. Bennu bewegt sich keinen Meter und stemmt alle vier Hufe in den Boden. Mann ist er stur. Mika geht zu Ida. Hier, vielleicht klappt das mit einer Möhre. Er drückt Ida gleich ein paar in die Hand. Den Rest brauchst du bestimmt für den Weg. Klar, mit Möhren lässt Benu sich nicht lange bitten. Mit beiden Ponys am Strick gehen Ida und Mika langsam zum Stall. Aber was ist da denn los? Auf dem schmalen Weg kommen Ida und Mika die beiden Esel im wilden Galopp entgegen. Sonst ist weit und breit niemand zu sehen. Die rennen direkt auf uns zu, schreit Ida und krallt sich mit einer Hand an Bennus Mähne fest. Schnell, ruft Mika. Hier, in das Gebüsch. Die Ponys ziehen wir dicht neben uns. An die Seite. Als die Esel vorbeistürmen, brechen Zweige und Staub wirbelt auf. Puh, das ist gerade noch mal gut gegangen. Direkt dahinter kommt ein Mädchen gelaufen. Habt ihr die Esel gesehen? schnauft sie. Mika und Ida drehen sich gleichzeitig um und zeigen auf die Staubwolke. Du, sagt Ida plötzlich, als sie sich wieder auf den Weg machen. Sie grinst ein bisschen verlegen zu Mika herüber. Ich hab mir das noch mal überlegt. Die Sache mit deiner Mama und deiner Mami. Vielleicht ist es doch nicht so komisch. Mein Papa und ich wohnen jetzt alleine. Aber auch, wenn wir nur zu zweit sind, sind wir eine richtige Familie, sagt mein Papa. Vielleicht gibt es einfach viele verschiedene Familien. Genau, grinst Mika zurück. Die einen so, und die anderen eben so, ruft Ida. Jetzt müssen beide ziemlich doll lachen. Als die beiden den Stall erreichen, stehen Idas Papa und Mikas Mamas zusammen vor dem Stall. Na, ruft Idas Papa, wo wart ihr beiden denn so lange? Und warum seid ihr so dreckig, fragt Mama. Mika und Ida schauen sich nur an und grinsen. Eltern, sagt Ida, alle gleich. Pädagogisches Zusatzmaterial von Vanessa Sparenberg. Liebe Eltern, liebe pädagogisch Arbeitende, sind ein Vater und ein Mädchen schon eine Familie? Oder zwei Mütter und ein Junge? Was für das eine Kind alltäglich ist, erscheint einem anderen ganz fremd und ruft Unverständnis, manchmal auch Konflikte hervor. Um mit Kindern über dieses Thema ins Gespräch zu kommen, bildet Mika, Ida und der Eselstreck die Vielfältigkeit vom Familien ab. Es ist Eltern und pädagogisch Arbeitenden insbesondere eine Hilfe, wenn Regenbogenkinder zum Thema werden. Praxiserprobte Materialien und Ideen zur pädagogischen und therapeutischen Arbeit mit Kindern im Alter von 4 bis 8 finden Sie im Downloadbereich des Buches. Diese Arbeitsbögen und Illustrationen unterstützen Sie im Gespräch zu Hause, bieten praktische Hilfe für pädagogische Gruppenarbeiten in Ihrer Kita und sind in der therapeutischen Arbeit zum Thema Familie einsetzbar. Themen der Arbeitsbögen Kleingruppenarbeit Familiencollage Analysespiel Familienstammbaum Regenbogenkinderstärken Alle in einem Boot Familienschwungtuch Wie entstehen Familien? Bewegte Familien Außerdem sind verschiedene Bilder aus dem Buch als separate Dateien und Malvorlagen enthalten. Vanessa Spanberg leitet die Kölner Kita Alte Kantine Lummerland des Arbeitskreises für das Ausländische Kind e.V. Ausländische Kindle